Jo Leute, Peace, ich bin's Maurice. Letztend sah ich eine Sprachnachricht von meiner Chefin rüberkommen. Maurice, ich beklage mich jetzt bei dir. Ich möchte dir sagen, kannst du bitte mal ein bisschen längere Videos machen? Deine Videos gehen nur 3 Minuten und sind einfach krach. Mach bitte einfach mal ein bisschen längere Videos. 10 Minuten, 20 Minuten, weisst du? Ich möchte ein langes cooles Video von dir anschauen und mich wirklich in dieses Video reinsetzen. Wenn's 3 Minuten geht, dann kann ich mich gar nicht in das Video reinsetzen, ja. Alles klar. Macht mir so. Einfach göttlich. Vom 25. bis zum 27. Februar sind Gianluca und ich in der Lenzerei da oben gewesen. Wir sind aufs Rothorn gegangen, eisig kalt und windig ist es dort gewesen. Wir sind fast verbrochen. Das rochtern vorab, aber ich kann nicht mehr reden. Wir sind hier wieder rein. Dann sind wir wieder runter gegangen. Wir sind jetzt auf dem Rothorn gewesen. Das Rothorn liegt auf 2800 Meter über Meer. Und jetzt gehen wir auf den nächsten Berg auf 1700 Meter. Und zwar auf den Gian Tieni. Gianluca, freust du dich? Nicht wirklich. Weil ich habe Tornschule dabei und mit der Tornschule scheisse. Ich habe gemeint, das ist kein Schnee. Ich habe gemeint, das ist Riese. Dort haben wir ja schnell etwas gegessen. Und zwar... Spaghetti Gabonaro. Und garnierte Wurstkäselot. Spannend, Herr Ress. Ist da oben nicht passiert. Jetzt gehen wir wieder runter. Kies, wie findest du Maurice? Grüezi. Grüezi. Oi. Am 4. März habe ich frei bekommen. Ich habe die Chance genutzt und bin auf Guarda gegangen. Guarda ist ein sehr schönes Dörfli auf 1600 Meter oben. Und das ist die Heimat vom Schellen Ursli. Alle Schweizer sollten das Buch wie auch den Film kennen. Willkommen zu Guarda. Hier auf 1600 Meter, aber mehr. Jetzt schöne Häuser. Eine schöne Aussicht. Und ausserdem... ein Schellen Urs Limousel. Der Schellen Urs kommt von da. Zumindest das Buch, das das erste Erscheinungsdatum war 1945. Gehen wir rein. Mit Utensilien, die glaube ich im Schellen Ursli Film mit vertreten sind. In Guarda habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Kapunz gegessen. Das ist eine Bündner Spezialität. Ich habe es in einem Gasthaus oben von Guarda am Ende des Dorf gegessen. Ausserdem ist beschriftet gewesen. So eine Speisskarte, was alles dort gibt zu messen. Darauf ist Kapunz beschriftet gewesen. Also ich habe gedacht, ja geil, jetzt kann ich zum ersten Mal eine Bündner Spezialität probieren. Hat mir der Kellner eine Speisskarte gegeben, wo aber Kapunz noch drauf gewesen ist. Dann habe ich ihn gefragt. Dann hat er gesagt, ja das geht schon, aber beim Abendmenü. Ich habe das Getränk schon mal bestellt. Zwei Minuten später kommt er mit dem Getränk zu mir und sagt, die Köchin würde es auch jetzt schon machen. Ja, cool. Jetzt habe ich Kapunz gehabt, weil die Köchin einen guten Tag gehabt hat. Am Samstag, am 5. März, bin ich auf die Schirdsche Ue gegangen. Das ist ein kleines Dörf, ein kleines Skigebiet, wo Leute einmal Ferien machen und Skifahren gehen. Obwohl es nur einen Skilift hätte, gehen ziemlich viele Leute dort Skifahren. Ich weiss nicht, was so auf der Piste verkauft wird, aber Leute ziehen es an auf jeden Fall. So, ich bin gerade in die Schirdsche. Schönste Dorf in Graubünden, so eine Abstimmung. Dicht gefolgt von Breil, Brigels und Solio. Meiner Meinung, total falsch, tut mir leider alle die Schirdsche. Es gibt ehrlich gesagt schönere Dörfer in Graubünden als die Schirdsche. Dann habe ich mich noch gefragt, bei der Zurückfahrt auf die Chur, ob die Schirdsche den Namen vom Skifahren kommt. Auf jeden Fall bin ich am 6. März, am Sonntag, nochmal schauen gefahren und bin auf Papan, der zweite Lauf vom Damen-Ski-Slalom geschaut. Dort in Papan hat nämlich vom 5. bis zum 6. März ein Skifahren stattgefunden, wo ich dabei war wie am 6. Ich bin gerade hier in Papan, beim zweiten Lauf vom riesen Slalom der Damen. Ich habe ein paar nette Bilder geschossen. Das war für heute, die in Papan ist tatsächlich die Handwerkerer der Gründer und die Schrägließe. Ich habe ein paar Runde mitgebracht, erst mal einen Schloss, erst mal einen Schiller ist. Ich habe ihn gesagt, Ich werde in Papan wurde im Kopf, Ich werde meine Schloss und Erste und Ergzyk für den Knife auf den Schauspielern. zwar nicht alle Schloss, Schocki, dass ich Schocki gerne habe, das wissen die meisten. Falls nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ich konsumiere Schocki eher allein. Und wenn ich jemandem Schocki kaufe, hat das mit Liebe zu tun. Ich stehe jetzt. Seh ich nicht mehr. Ansonsten wäre es da wieder gewesen vom heutigen YouTube Video von mir. Wenn es euch gefallen hat, würdet ihr mich über den Daumen hoch freuen. Sowie, wenn ihr mich abonnieren würdet, würdet ihr mich auch sehr freuen darüber. Denn 68% von euch Zuschauer haben mich noch nicht abonniert. Wenn wir gerade dabei sind, würdet ihr mich auch freuen, falls ihr das YouTube Video teilen würdet. Das heisst, die Familie zu schätzen. Eure Ältere. Eure Cousine. Eure Cousin. Überall. Das würde mich unterstützen. Am nächsten Samstag gehen wir auf Solio. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut vorbei. Schaltet die Glocke an. Und sind wir nächstes Mal wieder dabei, wenn es heisst Peace. Ich wünsche mir uns. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.